So, Paola steht jetzt schon auf dem Anhänger. Hier ist das Heulnetz, hier ist auch noch Futter. Und genau, jetzt werden wir mal losfahren. Hey Leute, heute drehe ich euch mal einen Urlaubsvlog. Und zwar sind wir momentan mit den Ponys in Cuxhaven. Leider ist Marty ja nicht dabei, da wir ja keinen Dreier-Anhänger haben. Aber da sie das letzte Mal mit am Meer war, durfte Paola diesmal mit. Bevor wir jetzt in den Stall gehen, gibt es mal ein Outfit-Check. Und zwar habe ich dieses schwarze Top von Royal Horseman an. Dazu die Camouflage-Ride-Leggings von Royal Horseman und natürlich die schwarzen Socken. Und Julia, guck mal, das ist ihr Outfit. Sie hat graue Socken an, die Belle Bordeaux-Ride-Leggings und so ein graues T-Shirt halt. Und die Cappy in schwarz. Und hier. Und wenn du eine Rei. Wunschst du vorst. Wunschst du vorst. Du kannst auch auf alle varten. Wasst du vorst. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs und ja wir haben auf jeden Fall die Helmkamera dabei, der muss sie mal wieder tragen. Tja, ich hab ja den guten Helm drauf weißt du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind jetzt fertig und machen uns mal auf den Heimweg. Ich hoffe euch hat das Video auch gefallen und wenn ja bis zum nächsten Mal. Tschüss!